so hallo und willkommen zurück wir machen weiter mit dem story mode bei red dead redemption 2 da muss man gucken wo es gleich weitermachen ich habe nämlich noch keine idee so wir gucken auf die map was wir überhaupt noch übrig haben ja hier habe ich kopfgeld ich weiß das kann ich da gleich erstmal begleichen und dann haben wir hier natürlich mittenrein hier sind wir glaube ich gesucht tot oder lebendig kann das sein ja ich werde erstmal das kopfgeld bezahlen und dann gleich mal gucken ob wir da wirklich noch gesucht werden so um kopfgeld bezahlen 150 in limon wie bekomme ich denn dazu na holla die waldfee ok new and over haben wir das auch weg so und dann noch mal post abholen haben wir auf jeden fall ok dann nehmen wir das andere mit jetzt einmal gerade schnell gucken was ich denn da angestellt habe was habe ich denn da angestellt total lebendig das macht es echt übel da rein zu gehen war da tue ich mir natürlich jetzt was andere riskiere ich jetzt mit der schnellreise hierhin das ist natürlich ein ganz entpässt da oben hoch ne andererseits muss ich hier oben auch nicht direkt in stadt rein ich glaube wir reiten ich glaube reiten ist jetzt gerade wirklich die bessere alternative guck mal ob wir da jetzt irgendwie günstig bei rum kommen das wäre ja sonst echt bitter gleich bin mal gespannt es ist mal wieder richtig geil die ganzen tiere zu sehen online ist es ja mittlerweile schon etwas besser geworden viele der tiere spawnen zumindest ab und zu mal wieder aber wenn ich jetzt gerade mal wieder so sehe ich habe jetzt schon lange hier nichts mehr gemacht offline sondern habe mich ein bisschen auf andere projekte eingeschossen in letzter zeit dann sieht man doch dass es nur ein ordentlicher unterschied war bis zu dem moment als der schwarzbrenner kam echt irre na gut wir halten doch gelockt ich glaube der vorangezeigte weg ist glaube ich gar nicht so schlecht gewesen schwarzlitscher ok Cocksuckers, ja. So, wir haben mal gerade geguckt, dass wir ja vernünftige Flinte am Mann haben. So, ich glaube, die können wir gleich nochmal ordentlich einschießen. Was haben wir noch damit bei? Das Springfield. Ja, da muss ich mich noch ein bisschen mehr drauf einschießen. Der Schaden ist mir echt noch zu gering. Ich glaube, ich bleibe erstmal beim Springfield. Auch wenn ich es jetzt vielleicht erstmal wegpacken sollte. Und nein, ich bin nicht betrunken, weil ich hier von rechts mein Hund, der liegt gerade vor mir und spielt mir mit den Pfoten an den Füßen rum. Das ist gerade ein bisschen irritierend. Das lenkt doch ein bisschen ab. So, ich hoffe, wir kommen jetzt nicht sofort in irgendeine Schießerei hier rein. Bei unserem Gesucht-Status. Ich hoffe, da komme ich noch ein bisschen drüber weg. Das möchte ich jetzt einfach echt nicht haben. Okay. Da kommen wir nicht rein. Ich versuche es mal von hier vorne. Ich weiß noch gar nicht, müssen wir nach oben oder reicht es, wenn wir hier sind? Müssen wir von der anderen Seite rein? Von der Straße aus? Ähm. Kann natürlich sein, ne? Da kommen wir nicht rein. Aber ich glaube, von hier kommen wir rein, genau. Dann ist sie wieder in der Kneipe drin, ne? Halt. Moment. Kommen wir doch nicht rein? Doch, hier. Ha. Auf Wiedersehen, lieber Freund. Ja. Ah, ihr seid so richtig. Heute ist ein tolles Tag, Arthur. Heute ist der Tag, sie werden schreien Kolm O'Drissel. Das ist so. Wird sie schreien, oder ich schreien ihn. Oh, sie werden schreien ihn. Ja. Und nicht vor dem Zeitpunkt. Der Mann hat in den Gallows mehr als die meisten. Ich würde nicht mehr bis er seine schreien. Ja, ich würde. Das ist weshalb, wir werden wollen, wir werden den Wir wollen uns selbst verabschieden. Und folgen ihn auf den Schraffel? Nun, ich hoffe es nicht. Aber wenn ich das Kind von der Brüder schreitze, denke ich, dass ich ein glückliches Mann sterbe. Wir werden uns selbst verabschieden. In das? In das. Oh, yeah! Oh, yeah! Hahaha! Ach, scheiße! Ähm... Okay. Waffen kann ich jetzt momentan nicht ziehen. Ich hätte gerne gewusst, ob ich noch auf andere Waffen zugefahre. Denn es würde mich nicht wundern, wie es denn so üblich ist, wenn der Dutch irgendwas vorhat, dass das in eine Schießerei endet. Ja, wüsste ich doch gerne noch, was ich gleich zugefahre. Verdammt. Oh, Manni! 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 Ja, damals gab's halt noch kein Kino! Oh, Manni! Ja, ich denke so. Was ist eine Überraschung. Ich bin froh, dass wir hier sind. Was sind sie auf? Ich weiß nicht. Wir müssen sie mit ihnen finden. Ja. Oh, hier kommt jemand. Bleib hier. Nicht tun. Ja, ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ja, ich bin froh. Die Leute kamen zu sehen. Wir wollen sie nicht entschuldigen. Ich glaube, sie haben ihre Chance gewonnen, zu sehen, dass John schweig sein. Hey. Hey. Ich weiß nicht, dass ich das nicht werde. Ich glaube, dass ich nicht mehr weiß. Ich glaube, dass ich nicht mehr weiß. Und ich glaube, das ist nicht die Zeit, um meine Entscheidungen zu beantworten. oder deinem. Hier und jetzt, Colmo Driscoll wird sein, zu bekommen. Er ist in da. Ich bin froh. Los geht's. Was sieht das? Ein paar Autos. Wie viele? Enough. Was denken Sie? Was denken Sie? Es ist auf der Ruf. Als er beginnt zu schweigen, mussten wir unsere Witsen über uns und schnell gehen. Ja. Ich glaube, wir haben es weniger als das vorher. Ja. Wir machen es. Ja. So. So. They got a guy up on the roof. Overlooking the gallows. Find a way up there. On one of these verandas. Through a building maybe. And get him. And. Do it silently. Well, obviously, I'm gonna do it silently. They'll wanna see this bastard swing. Okay. Oh, Arthur. Here's a ladder. Find a way up to the roof. Stop it. I'll go back to Mrs. Adler. Huh. Howdy, Officer. Where's the shooter? Where's the shooter? So. 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 Here we go. Probably. Jawohl. Ja. Wie Assassin's Creed. Da sind die Bullen aufmdach. Das sind alles. Voll Profis. So, aber hier ist doch gar keiner. Ist hier einer? Nope. Alter. Äh, setz doch mal den Stahlhelm wieder auf. Komm, geht nicht, okay. Na, sollen wir ihn jetzt runterholen oder nicht? Stahlhelm. Ist hier, was ich nicht. Sie sind ein schlechtes Mann! Das ist ein Kunde! Das ist ein Ort, wo du dich versucht hast. Das ist ein Ort, wo dein Stahlhelm... Das ist ein Ort, wo dein Stahlhelm... ...de Stahlhelm ist, dass du geholfen hast, bei der Hände, bis Sie sterben sind. Das ist nicht eine Aufgabe, die wir vorsichtig nehmen. Das ist nicht eine Aufgabe, die wir genießen. Aber es ist eine Aufgabe, die wir mitnehmen müssen, wenn unsere Zivilisation ist, um zu präsentieren. Gentlemen, sind wir bereit? Call Modriskel. Gott, in his infinite wisdom have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Die! 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 Weiber sollte man einfach nicht an eine Waffe lassen. Verdammt! Scheiße! So, wo ist er denn? Da! Ja! Jetzt Nic Crafts! Aber ich kann auch nicht an die Waffe lassen. Ich kann auch nicht an die Waffe lassen. Da geht einfach nicht an die Waffe ist. Ein Mann vom Rennen! So. 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 wir brauchen sich um Ich habe auch schon mal besser geschossen, definitiv. Wie geht es auf, Arthur? Ja, wir sehen uns die Hände gut, aber ich glaube, er wird uns zu retten. Ich glaube, das ist eine andere Sache, die zu überraschen. Ich glaube, als die gesamte Regierung. Im Endeffekt, Cuomo Dreskel hat sich nicht so überrascht. Eine Art kam für dich. Oh, okay. Ich weiß, es ist von der Mary. Mary? Sie ist nicht wert, Arthur. Wer ist? Mein Lieberer Arthur, ich weiß nicht, ob Sie bekommen das Wort, die ich Ihnen von Sandinie geschrieben habe. Es war furchtbar, mich zu fragen, für Ihre Hilfe wieder. Und ich versuche, dass es keine Rückmeldung gibt. Ich weiß nicht, dass Sie diese Wortmeldung bekommen, aber ich muss es, im Endeffekt. Ich muss es, Arthur. Oh, Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. When I read about your recent activities in the newspaper, I miss you. And I will always miss you, but I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I am with you. When I am with you, the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I am so sorry for everything, for everything long ago and for starting up that business again. There is a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much. And it reminds me too much of you. I hope one day you'll find some people in love who can use this. For it kept me thinking of you all these years. And I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Okay. Jo, dann würde ich sagen, ähm, Mission abgeschlossen. Und wir sehen uns in der nächsten Mission. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.